Ich begrüße wieder alle Freunde der himmlischen Erscheinung und der außerirdischen Geschichten. Liebe Zuschauer, vor ein paar Wochen haben wir bei einer Geburtstagsfeier gutes Essen. Wir saßen um den Tisch und verdauten vor uns hin bei einem guten Glas Cognac. Und auf einmal kam die Frage auf, sag mal, gibt es eigentlich Schnaps im Weltraum? Und wie so oft, wenn ein Astronom in der Runde ist, wird er natürlich gefragt, was machen wir das alles und so weiter und so weiter und was soll das, ist doch so teuer. Und diese Person hat in der Zeitung gelesen, wieder mal hätten Astronomen mit ihren Teleskopen Schnaps im Weltraum beobachtet, also Alkohol. Und aus dieser Frage entspannt sich ein Gespräch, das tief bis in die Nacht ging. Und da wurde noch so manches Gläschen gekippt dabei und die Geschichte, die sich dabei herausstellte, die will ich Ihnen mal erzählen. Die Frage heute ist also, gibt es Schnaps im Weltall? Und natürlich ist es nicht Schnaps, was da draußen entdeckt wird, sondern das ist Alkohol. Das sind Alkoholmoleküle, die in großen interstellaren Wolken entdeckt wurden und diese Moleküle, die Entstehung dieser Moleküle, das ist was ganz Besonderes. In solchen Wolken, wie auf diesen Bildern hier zu sehen, in solchen Wolken hat man Moleküle entdeckt. Nicht nur Schnaps, man hat noch viel merkwürdiger hier Moleküle entdeckt, also nicht nur Ethylalkohol und Methylalkohol, man hat Blausäure entdeckt. Kohlendioxid, Ameisensäure und in einem Fall sogar, und das muss noch bestätigt werden, die einfachste Aminosäure, Glycin. Und Sie können sich schon vorstellen, mit was das alles zu tun hat. Die Formierung von Molekülen, das ist eine Frage, die natürlich schon so ein bisschen in die Gegend geht, wie entsteht denn Leben im Universum, aber dazu kommen wir später. Nun, was passiert eigentlich, wie entstehen Moleküle? Der größte Teil des Weltalls ist angefüllt mit Wasserstoff und Helium. Und die schweren Elemente, also Stickstoff, Sauerstoff, Kohlenstoff, Eisen und so weiter, das muss ja erst in Sternen erbrütet werden. Und so ist es kein Wunder, dass man solche Moleküle in Wolken entdeckt, in denen Sterne entstehen und in denen Sterne bereits da sind. Und zum Beispiel solche hellen Flecke, wie man sie hier sieht, das sind gerade ganz junge Sterne, die in diesen Wolken das sie umgebende Material bestrahlen, anstrahlen, zum Leuchten bringen und sehr heiß werden lassen. Das heißt, da wo es natürlich heiß ist, dort entstehen keine Moleküle. Nun, wir können uns das sowieso nicht so richtig vorstellen, wie sich in solchen Wolken Moleküle bilden, wird naiv, denn wir denken bei den Molekülen an unseren Chemieunterricht. Wir denken an einen Kolben, in diesem Kolben ist irgendeine westrische Flüssigkeit und die muss vielleicht ein bisschen erhitzt werden, damit die verschiedenen Elemente sich dann zu Molekülen bilden. Wie soll sich hier draußen in so einer Wolke eigentlich, wie sollen sich da Moleküle bilden? Und wie viel von diesem Material, von diesen Ameisensäuren, Blausäuren und so weiter gibt es da draußen eigentlich? Nun, es muss sich um Millionen Tonnen handeln, denn ansonsten würde man das Signal dieser Moleküle in solchen Wolken gar nicht entdecken. Es müssen also riesige Mengen von solchen Molekülen vorliegen und das heißt natürlich nicht, ist klar, dass da draußen jetzt kosmische Ameisen ihre Ameisenhaufen haben oder irgendwelche kosmischen Alchemiker ihre Giftmischereien da betrachten, geschweige denn, dass es irgendwo Schnapsbrennereien da draußen gibt, die also ihren Ethyl- und Methylalkohol da draußen brennen. Hier geht was ganz anderes ab und was, das wollen wir mal angucken, man sieht in solchen Wolken eben vor allen Dingen in diesem Bereich hier zum Beispiel, wo dieses dunkle, kalte Gas ist, an deren Ende sieht man hier Sterne, die ganz jung sind, astronomisch jung. Das heißt, es ist ein paar hunderttausend Jahre alt und dieses dunkle Gas ist der Überrest einer Wolke, denn die wird beschienen von der Seite von hellen, blauen Sternen. Blaue, ultraviolette Strahlung hämmert auf das Gas, ionisiert es, macht es heiß und dabei bleiben also nur noch solche Überreste übrig. Das ist praktisch sowas wie die Heckflosse von einer interstellaren Wolke und hier am Anfang, wie gesagt, da stecken junge Sterne. Hier auf einem solchen Bild, da sieht man eben neben diesen gerade sich entwickelten Sternen, diese kosmischen Brutöfen, diese Stellan-Brutöfen, müssen die erstmal loslegen. Das heißt, am Anfang husten die noch ein bisschen und physikalisch bedeutet das, diese Vorgänge, die im Inneren des Sternes ablaufen, die zur Kernverschmelzung führen. Die müssen erstmal eine ganze Weile sich einregeln. Hier sieht man neben diesen beiden jungen Sternen noch was ganz anderes. Man sieht hier eine solche Druckwelle, denn in diesem Gebiet ist ein Stern gestorben. Was man erkennen kann, ist eine Welle, die sich praktisch in einer riesigen Explosion in das interstellare Medium hinaus bewegt und dabei werden die Elemente, die in dem Stern prozessiert und erbrütet wurden, ins interstellare Medium zurückgeschickt. Und aus so einem Material kann sich dann im Laufe der Jahrmilliarden, können sich immer mehr Sterne entwickeln, die immer mehr und mehr Elemente enthalten und nur auf diese Art und Weise ist es überhaupt zu verstehen, dass wir existieren. Nur solche Sternexplosionen sind dafür verantwortlich, dass wir überhaupt existieren, denn sie liefern das Material, aus dem wir sind. Und in der Tat sind in solchen interstellaren Wolken, in den Wolken in dem Raum zwischen den Sternen, dort findet man in diesen Wolken die Moleküle. Dieses Gas ist eigentlich, obwohl man sehr viele Sterne in diesen Wolken hat, ist das Gas sehr kalt. Nicht überall. Der größte Bereich dieser Wolken ist aus so einem lauwarmen Gas von einigen tausend Grad. Aber dort, wo man Moleküle findet, ist das Gas sehr kalt. Minus 260 Grad bis runter bis minus 260 Grad Celsius, also wirklich sehr kalt. Und nur dort ist das Medium in der Lage, die Atome so eng zueinander zu bringen, dass sich Moleküle bilden können. Denn in der Tat sind Moleküle, das wissen wir ja alle, eben die Anlagerung von mehreren Atomen. Und wenn nun ein Molekül sich in einer solchen Situation bilden soll, dann muss es natürlich lang genug stabil sein. Und wenn man jetzt mal überlegt, wir haben es hier also mit Sternen zu tun, die ganz am Anfang ihres Lebens stehen, die mit hoher Gewalt Sternwinde, also Plasma, heißes Gas, mit Geschwindigkeiten von mehreren tausend Kilometer pro Sekunden in das interstellare Medium hinaustreiben, wir haben es mit Sternen zu tun, die sehr hell leuchten, dann kann man sich überhaupt nicht erklären, dass dort überhaupt Moleküle übrig bleiben können. Und das geht eben nur in Kernen, die sehr kalt sind. Diese Kerne, diese Gebiete, in denen das Gas eben sehr kalt ist, da kommt die Strahlung gar nicht durch. Oder es kommt eben nur so viel Strahlung durch, wie gerade notwendig ist, damit sich Moleküle bilden. Denn zur Molekülbildung ist es wieder notwendig, dass ein Paar, dass sich zu zwei oder drei Atomen eben immer neue Atome anlagern können. Das geschieht im Allgemeinen auf Staubteilchen. Und so ist es auch nicht verwunderlich, dass solche Molekülwolken wie hier eben sehr dunkel sind, denn sie enthalten jede Menge Staub. Staub heißt Silikatteilchen zum Beispiel oder Grafitteilchen. Und auf diesen Teilchen, Oberflächen, lagern sich einzelne Atome an. Das geht eben nur, wenn es hinreichend kalt ist. Wenn es zu heiß ist, dann ist der Staub weg. Also oberhalb von 2000 Grad verschwindet der Staub und die Atome können sich natürlich auch nicht mehr zu Molekülen vereinigen. Nun, auf diesen Stauboberflächen können also Teilchen für Teilchen angebaut werden. Das ist praktisch wie so ein großes Brett, auf dem sich gewisse Kugeln anordnen können und daraus bilden sich dann Moleküle. Und das Tolle an den Molekülen, die wir entdecken ist, sie sagen uns etwas darüber, wie wir, wie unser Planet eigentlich Leben formiert hat und warum er es so getan hat, wie er es getan hat. Wir finden nämlich in diesen Molekülwolken nur Kohlenwasserstoffverbindungen. Das heißt also eine Art Chemie, wie wir sie vom Labor her kennen. Also Kohlenstoff, Stickstoff, Sauerstoff, Wasserstoff. Das sind die häufigsten Elemente im Weltall und in der Tat sind es die Elemente, aus denen wir auch zum großen Teil bestehen. Und dazu, warum ist das so? Das war natürlich an diesem Abend, Sie erinnern sich, wir sind immer noch am Verdauen, war an diesem Abend die wichtigste Frage. Wieso ist das so? Wieso kann das Leben im Universum denn nicht ganz anders aussehen, als wir das tun? Du kannst doch nicht herkommen, du Chauvinist, wurde ich dann genannt, und sagen, hier das Leben überall im Universum müsste so sein. Habe ich dann folgendermaßen erklärt. Nun, Kohlenstoff zeichnet sich dadurch aus, dass es eben vier Bindungen vollziehen kann. Es kann also vier Atome an sich halten. Denken Sie zum Beispiel an Methan. Methan ist also ein Kohlenstoffatom mit vier Wasserstoffatomen. Jetzt nehmen wir mal ein anderes Element aus dem Periodensystem, was ebenfalls noch vier Bindungen hat und hängen auch unseren Wasserstoff dran, nämlich das Silizium. Dann kriegen wir Silan. Nur Silan ist völlig unbrauchbar für Leben und noch besser wird es beim CO2. Ich atme und Sie natürlich auch. Wir atmen ja alle Kohlendioxid aus. Machen wir auch das Treibhaus-Problem, ne? Wenn wir Siliziumdioxid ausatmen würden, dann wäre das Sand, Quarz. Also völlig unmöglich. Ich hebe deswegen auf Silizium ab, weil das ist das einzige Element im Periodensystem, das überhaupt noch in der Lage wäre, Ketten zu machen. Also Kettenmoleküle, die sicherlich notwendig sind, damit es überhaupt irgendwo zu Leben kommt. Und Siliziumketten werden aber in solchen Wolken nicht gefunden. Wir finden genau das Material, und das muss ich noch bemerken, wir könnten Siliziumketten finden. Wir können sie nämlich im Labor herstellen, allerdings nur bei niedrigen Temperaturen. Und bei niedrigen Temperaturen ist naturgemäß die Chemie langsam. Also am Rande sei bemerkt, Sex zwischen einem Siliziumweibchen und einem Siliziummännchen würde länger dauern, als das Universum alt ist. Also wir könnten sie entdecken. Und zwar genau so, wie wir nämlich diese Kohlenwasserstoffmoleküle entdecken können. Denn wir machen im Labor einfach eine Spektralanalyse dieser Moleküle und gehen dann ans Teleskop und messen in dem Frequenzbereich, von dem wir wissen, dass das Molekül auftauchen kann, messen wir dann solche Molekülwolken durch. Am Anfang wusste man das natürlich nicht, aber man hatte eine Idee darüber, dass solche Gaswolken, die wie gesagt aus Wasserstoff und Helium bestehen im Wesentlichen, solche Moleküle enthalten könnten. Und dann hat man angefangen, die Detektoren an den Radioteleskopen einzustellen und man fand eben diese Moleküle. Und so könnte man auch die Siliziummoleküle finden, aber man findet sie nicht. Man findet Silizium nur in Form von Staub. Also Siliziumdioxid, Silikate gibt es einige. Und das bedeutet ganz Wesentliches. Und jetzt kommen wir schon langsam in einen Bereich, der eigentlich von der Astronomie ein bisschen weggeht und schon mehr in einem stark spekulativen Charakter hat. Das bedeutet nämlich, dass im ganzen Universum chemische Vorgänge genauso ähnlich, genauso, man muss es präzisieren, genauso ablaufen wie bei uns. Kohlenstoff ist überall im Universum der gleiche Kohlenstoff. Das heißt, er hat überall im Universum die gleichen Bindungseigenschaften. Und das ist genau das, was wir sehen. Wir sehen in solchen Molekülwolken eben Kohlenstoffchemie. Wir sehen, dass die Atome, die sich mit dem Kohlenstoff am besten verbinden, überall im Universum die gleichen sind. In solchen Wolken sehen wir eben Kohlenwasserstoffverbindungen. Wir sehen zum Beispiel Ameisensäure. Ameisensäure ist ein kompliziertes Molekül, was sich, denke ich mal, in einer solchen Umgebung ohne weiteres nicht bilden kann. Wenn sich aber Ameisensäure bilden kann und in einer solchen Menge, dass wir das beobachten können, dann können wir auch erwarten, dass sich noch viel komplexere Moleküle in so einer Umgebung bilden können. Und was soll ich Ihnen sagen? Jetzt kommen wir langsam zur Sonne zurück. In den Meteoriten, die unser Sonnensystem durchlaufen und die als das Urmaterial des Sonnensystems gelten, findet man Aminosäuren. Und zwar sehr große Aminosäuren. Aminosäuren, die bis zu 26 Atomen zusammengesetzt sind. Und das Interessante ist nun, wenn es stimmt, dass Meteoriten das Urmaterial sind, praktisch der Rest von der Bildung des Sonnensystems, und sie zeigen in ihrem Inneren an, dass sich in ihnen Aminosäuren haben bilden können, in einer Umgebung, in der sich eigentlich nur ein junger Stern, nämlich unsere junge Sonne, gerade aufmachte, richtig aufzuheizen, das umgebende Material wegzublasen durch den Sonnenwind, in diesem ganzen Szenario, dürfen wir nicht vergessen, haben sich die Planeten gebildet. Und die Planeten haben sich praktisch zusammengebacken aus verschiedenen Planetisimalen, also Felsbrocken, die miteinander zusammenstießen. In dieser ganzen Umgebung konnten Aminosäuren überleben. Und einige meiner Kollegen haben in den letzten Jahrzehnten immer wieder spekuliert, ob nicht das Leben auf der Erde von außen eingetragen wurde. Denn die Planetenentstehung ist eine Sache von Zusammenstößen, ganz brutale Zusammenstöße von teilweise kilometergroßen Brocken, haben dazu geführt, dass sich also Planeten gebildet haben. Und dabei könnten nach Meinung einiger Kollegen die Aminosäuren übrig geblieben sein. Und das Leben hat sich dazu entschlossen, einen Teil dieser Aminosäuren dazu zu verwenden, dass daraus lebendige Lebewesen werden. Wie genau, wissen wir natürlich noch nicht. Das Interessante ist nämlich, die Meteoriten enthalten Aminosäuren, die gar nicht von den lebendigen Lebewesen hier auf der Erde benutzt werden. Also unser genetischer Code setzt sich aus Aminosäuren zusammen, die eine ganz bestimmte Struktur haben. Und diese Struktur ist ausgewählt worden, während die Meteoriten ein großes Sammelsurium von verschiedenen Aminosäuren anbieten. Aber de facto ist es nicht benutzt worden. Und so bleibt also gegen Ende, so blieb gegen Ende dann wirklich nur noch die Sache übrig, dass alle da saßen, schon leicht angeheitert und sagten, hör mal, was ist denn das für eine Geschichte, die du da erzählst? Wir fangen an mit irgendwelchen Molekülwolken, draußen im Weltall, tausende von Lichtjahren von uns entfernt, in denen jetzt gerade irgendwelche Sterne entstehen. Und jetzt erzählst du uns was darüber, wie das Sonnensystem aufgebaut ist und wie das Leben auf der Erde entstanden ist. Und als wir auseinander gingen in dieser Nacht, war diese Diskussion eigentlich im Grunde genommen immer noch nicht fertig. Wir haben festgestellt, dass man aus so einer ganz simplen, kleinen Frage über Moleküle, über für viele von uns völlig uninteressante Zusammensetzung von Atomen, auf einmal wieder daran landet, wie ist das Leben entstanden? Was mache ich hier? Was hat der Kosmos mit mir zu tun? Und insofern war es wieder mal eines dieser Gespräche, wo man festgestellt hat, Astronomie ist eine unheimlich tolle Sache. Und wenn man solche technischen Möglichkeiten hat, wie wir sie heute haben, dann ist Astronomie immer ein Spiegel. Wir schauen in einen Spiegel und sehen immer mehr und mehr von uns selber. In diesem Sinne. Prost. Immanuel iotten Immanuel Immanuel Bis zum nächsten Mal.